So Leute, ihr seid wieder bei FragTube HD. Ich bin Revo Kesper und heute mit einem Halo 4 Live-Kommentary. Halo 4, weil ich jetzt schon längere Zeit nichts mehr zu Halo gemacht habe. Ich habe auch ein Thema mit euch zu bereden, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel sehen könnt. Denn jetzt in den letzten Tagen sind ein paar neue Abonnenten von Gympanze Gamer zu uns gestoßen, weil wir da ja diese Kanalvorstellung gemacht haben und er uns da in sein Video mit reingenommen hat. Von daher sind ein paar von seinen Zuschauern zu uns gestoßen, was natürlich wirklich riesig freut. Wir freuen uns hier über jeden Abonnenten, sind ja noch ein ganz, ganz kleiner Channel. Ich renne an der Sniper vorbei und will da jetzt wieder zurück hin. Sehr schlau von mir. Ich kenne diese ganzen neuen Maps hier nicht. Diese neuen Maps habe ich noch nicht gespielt, habe auch selbst schon seit einem Monat oder so kein Halo mehr gespielt. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich hier ein bisschen rumnube. Das war ein Fail. Also da neue Abonnenten von Gympanze Gamer auf unserem Channel neu dazugekommen sind. Und Gympanze hauptsächlich nur Battlefield 3 Videos macht. War jetzt meine Frage einfach an alle Zuschauer, die dieses Video jetzt hier sehen. Wie sieht es denn da aus? Wollt ihr, dass auch hier mehr Battlefield gemacht wird? Ich habe das hier zu Hause rumliegen. Bis jetzt gab es noch so gut wie gar keine Videos. Demnächst kommt eine Sniper-Montage von mir. Aber was Commentaries, Gameplays etc. angeht, habe ich da jetzt noch nicht wirklich was auf unserem Channel zu finden. Und deswegen, meine Frage, wollt ihr, dass auch hier mehr Battlefield 3 zu finden ist? Ja, wenn, dann schreibt es am besten einfach mal in die Kommentare rein. Es würde mich freuen, jeder Kommentar freut mich. Und jetzt abgesehen von Battlefield 3, insgesamt, was wollt ihr denn überhaupt auf unserem Channel sehen? Also welche Games mögt ihr denn da? Ich habe da eine große Auswahl an Games hier zu Hause rumliegen. Da könnt ihr euch, also schreibt einfach mal rein, was ihr so gerne seht. Ähm, ja, also ich spreche zum Beispiel von hier Halo 4, wie ihr es jetzt gerade seht. Also ist auch ein ganz cooles Spiel. Macht mir auch noch momentan wieder viel Spaß, nachdem ich eine kurze Pause eingelebt hatte. Also jetzt gerade eins meiner ersten Games noch, aber trotzdem, ich bin mit guter Laune dabei. Ihr hört es vielleicht auch. Ähm, so, Sniper. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt hier Halo 4 oder was wir jetzt auch schon einen Haufen auf unserem Video zu finden haben, weil es kam ja zuletzt noch raus und ich bin auch ein riesiger Fan der Gears of War Reihe. Das, ähm, Gears of War Judgment habt ihr natürlich einen Haufen von, auf unserem Channel gefunden. Und, ja, wie sieht es da aus? Wollt ihr vielleicht auch noch mehr davon sehen? Oder wollt ihr vielleicht auch Call of Duty sehen? Ähm, da habe ich, glaube ich, auch so gut wie jedes der letzten Spiele könnte ich mir da besorgen. Ich selber besitze sie nicht, aber ich kann sie mir besorgen und habe sie auch teilweise schon gespielt ein bisschen. Ähm, wie sieht es denn da aus? Und wenn, wenn, äh, Call of Duty dann natürlich auch wichtig, welches? Also, ich spreche von ab COD 5, also World at War, aufwärts müsste da so alles zu kriegen sein. Ähm, ja, also World at War, Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3 und auch Black Ops 3, ähm, habe ich da, äh, zur Verfügung. Also, wenn ihr da zu Lust hättet, könnt ihr das auch einfach in die Kommentare schreiben. Also, und auch insgesamt, boah, da sitzt auch nicht mehr in der Ecke. Ähm, was wollt ihr denn hier sehen? Also, so ein Live-Kommentary wie jetzt, ich glaube, das habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich gemacht. Also, ein Let's Play von Bioshock. Ähm, bin ich ja dabei, das ist ja auch, muss ja immer live sein. Aber ansonsten, so ein Live-Kommentary habe ich noch nicht gemacht. Wollt ihr Live-Kommentaries, wollt ihr Themen-Kommentaries? Und, ja, ich versuche halt einfach so ein bisschen jetzt hier die Zuschauer, ähm, ja, einzubinden in unseren Channel, damit wir ein bisschen präziser darauf eingehen können, was denn eure Wünsche sind. Oder auch ansonsten, also ihr könnt einfach jedes Game, wo ihr Bock drauf habt, ich spiele jetzt hier persönlich, also, ich spiele auf der Xbox, ähm, meine beiden Kollegen Crysis und ProSerga spielen da auf der, ähm, ja, auf dem PC. Verdammt. Ähm, spielen auf dem PC und, ja, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, also schreibt auch, auch andere Games, die ich jetzt hier gerade nicht genannt habe, ähm, ähm, können wir gerne Videos zu machen, wenn wir die, die sie denn haben. Genau, zum Beispiel, was ist denn auch mit Assassin's Creed, das, ähm, hat auch Multiplayer, habe ich einmal so ein Review gemacht mit einem Kumpel von mir, ähm, und, ja, also wie sieht's da aus, Assassin's Creed, vielleicht auch da ein bisschen Interesse, oder, ansonsten, schreibt halt einfach alles in die Kommentare, welche Games ihr Bock drauf habt. Bei mir, ähm, also ich mache jetzt explizit nur Videos auf, auf der Xbox. So, wieder gemacht, Anschlags, naja. Auf der Xbox, ähm, PC mache ich, ja, vielleicht so kleine, also jetzt nicht wirklich die richtigen Games, so Minispiele wie Theoretisch Slender oder so, davon haben wir jetzt ja auch ein paar, aber, ich denke, die reichen jetzt auch erstmal auf unserem Channel, ähm, sowas könnte ich natürlich auch mitmachen, aber ansonsten, ich weiß, ich wiederhole mich, schreibt es einfach in die Kommentare, jedes Game, wo ihr so Bock drauf habt. Oh, jetzt wird's hier aber knapp, Alter, jetzt wird's knapp, wenn ich den nächsten Kill, dann hab ich gewonnen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, oder? Ach, geht's nicht? Ach, es geht bis, ähm, doch nicht, ja, ich hab mich ein bisschen vertan, und ich dachte schon, es geht nur bis 250 hier, aber es geht irgendwie wohl ein bisschen, doch ein bisschen höher. Okay. Hab ich gestackt, super. Kommt der nächste Kumpel an. Oh, fuck. Ja, ich vergesse die ganze Zeit auch hier mein Hologramm einzusetzen. Ich hatte das immer dabei, aber, ähm, nun ja. Ich setze es irgendwie fast nie ein. Bin ich selbst schuld, würde ich mal sagen. Okay. Komm, mir fehlt nicht mehr viel, dann... Ja, den hab ich noch gekriegt. Ja, da ist der Sieg. Mit dem letzten Kill aus dem Tod. Guckt euch die knappe Kiste an. Der zweite, ein Kill weniger. Das ist, das läuft ja echt super hier bei meinem Live-Kommentary-Direktor-Sieg. Ich hätte gedacht, ich kacke jetzt hier ein bisschen mehr ab, weil ich, wie gesagt, das Spiel noch nicht lange gespielt habe. Aber damit ist es jetzt hier auch, denke ich mal, so zu Ende. Ähm, wie gesagt, schreibt eure Wünsche, was für Videos ihr sehen wollt und auch zu welchen Games ihr die Videos sehen wollt. Und eben auch wegen der Frage Battlefield 3. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und auch ein Feedback ist nicht schlecht. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und ich würde sagen, haut da rein, Jungs.